Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Lüge darum weiter mit Uncharted. Nur dem Intro geht los. So, lüge doch los. Fortan. An euch als nächstes Mission in den Untergrund. Okay, Land der Toten. Ich komme. Oh, wie gesagt, du bist ein kleiner Gurt. Wo geht der Leute hin? Komm mal, Rob? Nee. Nein, Roba, okay. So. So, nein, steuer nicht. Ah, musst du schon rein. Ich wollt's. Wahrscheinlich lernst du die Klippen da. Eine Schande. Ja, gut. Zack, rüber. Danke. Ja, okay. Oh, da komm ich nicht. Geh ich nach, ey. Am Laser schon direkt, ey. Nee, wäsch. Ach komm. Nee, ich war stoppt, ey. Ein Granat. Ui, ui, ui. Pass hin. Zack. Wäsch. Was ist denn da, ey? Oh, den muss ich auch gut auf einer Seite haben. Ein kleiner, ein kleiner Faustkampf, ey. Was ist denn da, ey? Voll am Namen. Komm, komm. Ja, gut. Und die zählen, ob ich? Ich. Ah, hier sind so ein Tor. Muss ich auch mal. So, eine Europäer. Und weiter, wahrscheinlich umgehe ich noch. Du will auch rein. Ja. Hätte mich schon nicht gewundert. Zack. Zack. Oh, wäsch. Ah, toll, weil so eine Art Kirsch sind, das heute. Ich denke mir, da ist ein Kirsch. Ja, da ist ein Kirsch. So die Kerzen überhaupt. So eine Granat, ey. Ich hoffe, ich treffne. Ah, lecker drauf. Zack. Die Laser sind auch extrem gefährlich. Also, von dem ich treffne, also. Da, da sind wir alle. Mischens. Verheerend für mich. Oh. 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 Zack. Ah, na, wisch. Das ist wichtig. Munition. Also, ma wisch. Ja. Ja, und Uncharted, äh. Natürlich schicksal, den ich auch spielen, ne? Das ist auch schon, äh. Kult. Irgendwo, ne? Du gehst doch schon lang, ne? Irgendwo auch zeitlos, das Spielen, ne? Also, kann immer rumspielen. So. Okay. Du bist tot. Moment, da war doch was. Also, ein Glock. Oh, ja. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Okay. Ich schalte mal rein. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ich weiß nicht, ob das so geht, oder? Nö. Gucke ich mal ab. Im Disch, ob das so geht. Hör ja nicht. Ich sp第二個, guck mal nicht. Ich probere einfach mal mal, ehm. Durch die Glocken aus schieß. Vielleicht klappt das. Ja, ich mag nicht klappen. Ich mag nicht klappen, ne? Ja. Ja. Aha, super! So, nur laden da kurz schneller, mal gucken wir mal. Ah, geht drauf. Kann nicht erzählen. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Ziemlich mystisch, äh... Müsste ich platz sein. Interessant. Boah, da war er direkt von der Seite, der Limmel, du. Zack! Von der Seite kommen gehe ich ihn auch immer ganz gerne von der Hand. Sie sind immer brandgefährlich. Oh! 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 Und die Lachen. Ich gehe mal in Entdeckung, nicht, dass ich wunderte. Ich will immer vorbereiten, weil sie kommen immer von aller Seiten, ne. Und ich kann meistens an Entdeckung. Und dann auf einen neuen Platz kommen. Oder sie sind besser vorbereitet. Da geht's noch. Zu leih, hopp. Warten wir rein. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie. Hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Taika-Mu! Wat der? Ja, lo! Svirland! Warum haben Sie noch mal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit hatte... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Möglich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage ihm doch. Eldorado ist mehr wert, als sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. So, dann geht er weiter rein. Bei dem... Bei einer kleinen Videosequenz rein. Ich fand da immer gut, dass die Lute und den Körper wird. Und ich fand, dass wir gut gemacht haben, wenn die Spieler, wenn die Lute und die Körper sind. Weil sobald so verschiedene Spieler sind und die Lute müssen rausholen. Für die Lute, man hat den selben Körper, fand ich cool. So. Aber das Heilo. Schließen wir mal ein Foto, vielleicht hab ich es dran. Nee, leider nicht. Was ist das okay, ne? Ah, okay. D14 mal. So, Kapitel 15. Zum Motto. Dem Schatz auf der Spur. Okay. Donnersmund redet eh. Ein großes Part. Kann ich die Leute oben machen, nee? Wo geht der da hin? Ah, okay. Schlossdrupp, okay. Weil ihr wisst, wo die Schlossdruppe ist, dann kann ich es verschießen. Nee, weil das nicht der Fall. So, probieren wir mal, vielleicht eh durch Euro zu kommen. Du vielleicht, nee. Okay. So, ah du wahrscheinlich, okay. Aber was ist mein Name, nicht so. Oder vielleicht auch rein. Ich bin noch ein bisschen umher, aber ich weiß nur momentan nicht, wo ich da hingehen kann. Ich probiere mal eine Kau. Oder darf er vielleicht heuer sein? Ja, okay. Ich hatte auch noch mein Bauchgefühl aus dran. So, wie einer. Dann noch die Lianerei. Und, ach, nicht weit genug. Ich hab mich mit mir zu mir weit hangeln. So, wie war. Oh, ja, na. So, ruf halt. Oh, ich bin eigentlich mit ein bisschen gerufen, eigentlich, ja. Oh, die kommt. Komm, neilfen. Danke, komm, nein. Ja. So, wo geht der Ludo hin? Oh, ich bin eigentlich mit der Ludo hin. Auch schön, man hat den, äh, schnitzereien auf den, äh, in der Wände. Das fand ich ganz gut gemacht. So, wo hat den Ludo geschossen? Wollt ich sie kommen, nicht wahr? Ah, du haben, okay. Ja, guck mal, neilfen sie den, äh. Zack, Arsch. Sie sind halt einmal am Neven zu denen, äh. Hört mal diesen engen, blutigen Armfen nach. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen, aber er gibt es um in der Gäste. Doof auf die Ludo, die hast du auch mega gewusst, also, das ist, äh, super Sturmgewehr, ideal für so viel Gäste. Geh ich noch mal nehmen. Viva. Du hast nichts, okay. Oh, du hast nichts, okay. Schon nicht viel Schatz von ein bisschen, oder? Schau mal, du bist ein bisschen mehr Schatz gewöhnt, also, das ist vielleicht nicht genug. Kann natürlich auch Sinn. So, guck mal, wenn ihr werfen, naja. So, halt, hoch. Warte, komm. Ja, warte. So, neu ran. Oh, geh ich noch, geh ich noch. Zwie steckt direkt. Ist ja, wo Gott so dein Kill-Laser. Ich würde euch keine Granate mühlen. Ich meine, die Leute sind sich selber in die Luft gesprengt. Habt ihr gesehen? Ah, du nicht schon, Schatz, und ich bin nicht ein Gold-Kelch. So, weiter. Das muss es sein. Ah, ha. Ich kann euch einen guten Tipp geben, wenn das Spiel die Welt spielen, also Geduld muss ich nicht gewinnen, wenn man schädelt, also nicht zu schnell machen, also handeln. So, noch High River ab den Kerzenleuchter, High, das ist wirklich cool, die Kerzenleuchter, ne? So, ja, das war ziemlich riskant, wenn ich probieren darf, ja. Den Efen schafft er, er schafft er immer, den er es verlost. So. Okay. Ich vermischt er nur ein. Ich geh mal kurz zurück. Ah, das ist schon... Ich vermischt er aber die Schlüssel, die du hänken. Ich weiß nicht, wie du dich gerade gesehen hast, was die Schlüssel, die langen Schlüssel, die du hänken. Ich vermischt er bestimmt durch die Jobsnummern. Ja. Okay. Okay. Rüber. Nee, du hast mir zu riskantet, oder? Nee, ich komme endlich nicht. Ja, ich geh lieber zurück. weil das ist ja ehm, wie sie selbst gemacht am spielern dann muss ich ihn mal von 4 hoch hängen, muss ich den parkour von 4 hoch hängen, das will ich nicht, ich geh noch von mir zurück, weil ich musste haben, da war der Schlüssel da rüber, da geh ich mal nackerein da. So, dann mal rüber. Schmeckt sie nur bei einem guten Weh. Ja, du hast Schlüssel. Ja, Sesam öffne dich. So, wir kommen schon. Ah, Fleisch durch, ok. Hier. Ja, ok. Bis null läuft noch. Ja, warte. Uh, das war knapp. Andere Schatz. Juwel besetztes. Warte schon, du. Warte schon, du. Warte schon, du. Warte schon, du. Warte schon, du bist zu schnell gedrückt. So, du gehst rein. Ja. Ah, sieh mal an. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja. Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ah, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken. Kommt sofort. Und Sully. Ja. Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Oh, hier sieht ziemlich viel gegner. Da muss ich aufpassen, ey. Hier muss ich wirklich aufpassen. Das ist ein Gericht auf mich. So, die Hände rufen. Ah, das Snipergewehr. Das ist super. Das Gewehr. Das ist so präzise. Also, ich kann es wirklich ganz genau umfassen. Also, das ist wirklich mega das Gewehr. So, wo stehen sie halt alle gut? Da auch noch mal hin. Halb 4. Ja, wir gehen schon am besten halb 4, ne? Das ist natürlich. Ich probiere noch mal direkt. Oh. Das war alles gut. Nee, du und ich müssen wissen. Bist du blöde Gestalt. So, hallo. Probieren wir da mal besser zu machen. Wie viel drunter. So. Er ist da drüben. Oh. Direkt her los. Oh nein. Ich meine, das hilft da nicht. Ah, go. Ah, go. Du schießt. Du schießt auf Növen, eigentlich, ich will. Ja. Zack, erwasch. Nächst dann. Er hat auch noch einen an der Eck, ich will. Er hat auch noch einen. Er hat auch noch einen. Er hat auch hier noch einen. Ah, weg. So, ich mein, das müssten so Sinn, ne? Ich mein, oder? Du bist tot! Woher ist denn? Sack! Und auch den, war eliminiert. Und komm da noch. Ja, moin. Ich kann mich nicht leben, ne? Komm da noch. Ah, drei Stück. Drei Stück, Mann, ne? Nein. Also, das gibt ja ohne den Einkauf herzuspringen, muss ich ganz ehrlich zuhren. Also, ja. So, ich meine, drei Mistenzahme, das ist neu. Von den drei steckt Atos da rein! Wie ist denn was? Und dann Pfeier noch. Sieht aus, das ist ein Megawuff. Wirklich, also. Die will ich immer am Repertoire rein. Wenn ich kann. So. Und dann muss ich noch um die Kirche gehen. Ja. Hey! Hey! Haha, ich wusste, dass du es geschafft! Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Sind die drei rum für ein, Mann? Yes. So. Dann muss ich also schon die... Ah. Ich muss die... Ich muss die Position wahrscheinlich springen, ne? Wie war das denn? Ich hatte die Demos auch gespielt, der Psychischen drei. Mit so langen Hirn. Also. Ich denke noch zu weit. Und die müsste an die richtige Position bringen. Das ist immer von mir ganz sicher. Guck mal, da kommt. Tagebuch rein. Also, mein Kälsch. Ich bin sicher, dass wir hier richtig sind. Ich bin geschlagen. Ich bin geschlagen. Und auch später. Sie sind unerreichend für. Ja. Ich meine. Oder was ist das? Ja. Sie sind Pfeiler. Kein Schwert. Warte. Schwert. Okay. So ein Anker. Okay. Also ein Muschel. Oder was ist das? So Fäsche. Oder was ist das? Wie geht das? Wie geht das eigentlich um die vier ohne Sprache? Warte mal. Okay. Okay. Die muss nur in. Okay. Da ist. Wohl sicher. Das ist safe. So. Und am nächsten. Der Anker. Der muss. Der läuft so. So. Du gesagt nicht gut. Ich kann nicht gut erkennen. Ich weiß nicht wie die. Ich kann nicht gut erkennen. Ich weiß nicht wie die. Ich gesagt nicht gut. Ich muss ja schon mal ruhen, weil ich nicht richtig gesehen habe. So. Das Buch hat. Auch das Buch ist schwer zu erkennen, also verschiedene Symbole sind wirklich schwer zu erkennen. Kronen, die müssen gut sein, schlagen noch, Fasch oder Muschel noch. So, warte, ich habe es nicht vergessen, ich habe es nicht vergessen, ich habe es nicht vergessen. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja, ich glaube, wir sind im Geschäft. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, vielleicht eine Sackgasse. Warte, es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh, Mist. Was ist das denn? Sully, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Sully! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. So, der Teil war mir voll schon Uncharted. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Für euch, da weiß ich es nicht von, ich gebt mir ein Like. Oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ers Spielkarten. Ade! Ja. Bis zum nächsten Mal.